Umgeknickte Bäume und ein Dach auf der Straße, das ist die vorläufige Bilanz des jüngsten Sturmwochenendes in der Region. Wie die Leitstelle Lausitz auf WMZ-Nachfrage mitteilte, gab es von Samstag 6 Uhr bis Montagnacht im OSL-Kreis 18 witterungsbedingte Einsätze, vor allem in der Nacht zu Montag. Damit war der Kreis im Gebiet der Leitstelle Lausitz am meisten von Sturm-E-Bart betroffen. Verletzt wurde niemand. Größter Einsatz war ein Zugunfall Samstag Nacht. In der Nähe von Karlau war ein Personenzug gegen einen auf die Gleise gefallenen Baum gefahren. Auch dort gab es glücklicherweise keine Personenschäden. Laut Feuerwehr Senftenberg hatte die Kreisstadt überdurchschnittliches Glück. Ausrücken mussten die Kameraden unter anderem zur Landstraße zwischen Niemsch und Peikwitz. Dort lagen zwei Bäume auf der Fahrbahn. In Brieska hatte der Sturm einen Baum umgeworfen, bei keinem größeren Sachschaden. Sonntag gegen 23 Uhr hatte der Sturm nahe der B96 ein Blechdach auf einen Radweg gefegt. Am Ortrander Haag nahe der Elsterwerderer Straße versperrte ein umgebrochener Baum die Straße. Laut Hobby-Meteorologe Rudolf Kupfer fielen an die 20 mm Niederschlag. Das sei knapp die Hälfte der üblichen Monatsmenge. Die Windgeschwindigkeiten erreichten Sonntagnacht ihren Höhepunkt. Die Internetseite Windfinder meldet für Guteborn am Sonntag gegen 21 Uhr knapp 80 kmh und in Weltzuwaren Esker 87.